So, schau ich morgen raus. So fährt der Fuchs schon jetzt aus. Der kostet nix, hab heute nicht, oder? Das ist noch aufgekommen. Jawohl! Dandl, erklär das nochmal, wie war das mit dem seriösen Video? Wo wir nicht zuhafen müssen, aber nur Dreh und Trink, oder Wasser, oder Mineral, oder... Orange ist so. Dreh und Trink. Ich hab das immer noch nicht verstanden, was ein Mann... Dreh und Trink, aber es ist ein Blink. Prost. Nein, scheiße. Das ist mit Ausspucken auch grausig. Ich hab das vergessen. Prost, Jungs! Die hat es auch genau grausig gehört mit der Elfburg. Nämlich jetzt messen wir Bier trinken. Ja, jetzt messen wir Bier trinken. So, ich hab ein bisschen Mitleid haben mit dir. Ich hab die Menschen schon wieder von Talente überzeugen. Die eigentlich keine Talente sind. Ich glaub, den Fuchse sollten wir ein bisschen Maß regeln. Ja, wirklich, das ist ja gar kein Maßstab. Wir lieben dich. Er ist das gar nicht. Nein, das ist der Grund. Wir haben dann zu Sapa. Wasser spendet Leben! Was ist das denn? Ein paar mehr, länger! Schau mal raus! Schau mal raus! Oh ja, was du nicht findest! Schau es gar nicht! Meli, der Kühlschrank ist genau in-time hinwand! Wirklich! Danke, Meli! Du fühlst es ab, dass dein Kühlschrank nichts kann! Ja! Okay, zum Schluss! Du fühlst ja die Hälfte! Schnell auch, okay! So geht's! Das ist ein Bauchfreier-Poncho! Hast du einen Verkehr da vielleicht? Bist du der? Die Rotzbremse! Ja! Fuckt die Viere ein bisschen fuchsi! Neee! Neee! Das darf man nicht sagen! Nein! Ne! Was? Was? Wieso ist das kein Geld? Maschine und gar nicht Teuer! Da ist nichts mit dem Schein! Du sollst mir für Musik wieder so ein Strich am Liste machen. Grüß beim Chris, da kannst du jetzt viel verhauen. So, Musik an!